Der Raubmord auf der Wieden oder die verderblichen Folgen des Soldatenstandes für einen bürgerlichen Uhrmachermeister, nebst dessen hilfloser Gattin und unmündigen Kindern, mit einem lehrreichen Anhange aus dem kaiserlichen Lustschlosse zu Schönbrunn. Ein Raubmord wird vor kurzer Zeit all hier in Wind vollbracht, der bei der Menschheit allgemein ein großes Aufsehen macht. Daher will ich die Schreckens dazu gut ich kaum erzählen, damit man sieht, wie mancher Mensch sich kaum oft groß verfehlen. Ein Uhrmacher saß im Gewölk zur Mittagszeit vergnügt und hatte seinen Sohn nach Haus ums Mittagsmahl geschickt. Und wie der Sohn dann zurückkam, da traf er einen Mann, der als Soldat gegleitet war, bei seinen Vater nahm. Mit einem Messer hatte er den Vater mit Bedacht, von rückwärts an den Kopf und Hals zwei Schnitte angebracht. Der Vater stürzte dann zusammen, was man leicht denken kann. Der Mörder ab die fünfzehn Uhren entfloh damit so dann. Der Vater lag besinnungslos, konnte nicht mehr helfen sich und seine Kinder wie sein Weib, die weinten bitterlich. Ach, unser Vater lebt nicht mehr, schwein seine Kinder jetzt. Der Mörder hat uns alle hier ins Ölentganz gesetzt. Der Vater kam in das Spital, jetzt ist er leider tot. Und seine Kinder wie sein Weib sind jetzt in größter Not. Im Haus wurde eine Sammlung dann für ihn gemacht, geschwingt, wo drei und vierzig Güdenreihen schnell eingegangen sind. Der Kaiser lässt jetzt täglich sich abstatten, den Bericht. Ob wirklich zum Soldatenstand gehört, der böse Wicht. Es wär ihm lieb, wenn kein Soldat der Missetäter wär. Die Ehre wär gerätet dann von seinem Militär. Die Ehre wär gerätet dann von seinem Militär. Vielen Dank.